Hallo, hallo! Mensch, gelbe und weiße Punkte. Das ist aber ein sehr schönes Top, das du da anhast. Vielen Dank, lieber Rolf. Das gibt es in einem bestimmten Laden. Ja, ich vermute, das ist der Laden 2. Das könnte sein, genau. Ja, möglicherweise. Das sind wir nämlich auch heute. Herzlich willkommen zur Folge 17. Wahnsinn. Und ich muss auch dieses Mal sagen, wir haben ja noch so viele tolle Künstler in der Pipeline. Es hört nicht auf, es ist wirklich gigantisch. Und heute haben wir ja was ganz Besonderes. Du siehst es vielleicht hier schon. Du bist vielleicht etwas überrascht, was hier steht. Ja, sowas habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann auf dem Gutenbergplatz sehen können. Das kann gut möglich sein. Das ist etwas sehr Außergewöhnliches. Ich meine, wir hatten ja unfassbar viel Musik, unfassbar viele Instrumentalisten, Sängerinnen und Sänger hier, Singer, Songwriter, Schlagzeuger, es war alles dabei. Sogar uns selbst. Ja. Wahnsinn. Auch des Öfteren und auch in letzter Zeit sehr oft. Ja, stimmt. Von daher ist es doch heute mal eine ziemlich außergewöhnliche, eine sehr spezielle Sendung mit einem völlig anderen Künstler. Ja, und es ist wirklich grandios, was da gleich passieren wird. Es ist grandios, was da gleich passieren wird. Ja, okay. Also ihr werdet jetzt heute keine Stücke, keine Songs hören im eigentlichen Sinn, sondern ihr werdet eine völlig andere Kunstform heute geboten bekommen. Genau. Also es ist Poesie in Reinform, also in Reinform und in Reinform. Und es ist wirklich wunderschön. Und wenn du sagst, Gutenbergplatz, also ihn auf dem Gutenbergplatz zu sehen, ist prinzipiell möglich, aber eigentlich reist er ja wirklich durch die ganze Welt. Genau, durch die ganze Welt. Südamerika, er ist überall. Er war jetzt gerade in Estland, in Lettland, er war in Österreich, er war... Wo war er noch? Was hat er alles erzählt? Das gibt es gar nicht. Oh, Lateinamerika, ganz viel. Also wirklich einfach die ganze Welt und überall schreibt er in verschiedenen Sprachen seine Gerichte. Er macht das live. Also man kann im Prinzip sich von ihm ein Gedicht wünschen, so wie ich das verstanden habe. Ja. Es ist ganz, ganz viel Improvisation dabei. Viel Improvisation. Es ist wirklich ganz, ganz grandios. Die Schreibmaschine ist dabei sehr wichtig. Und dieser Sound von der Schreibmaschine, ich glaube, von dem können wir uns sowieso alle verzaubern lassen, weil ich komme ja noch aus der Schreibmaschinenzeit. Meine Mutter hat Schreibmaschinenkurse gegeben. Ich weiß noch genau, wie das klingt. Und auch hier sehe ich so von Weitem, was da unten steht, da lese ich auf dieser alten Vinylplatte John Coltrane. Und ich glaube, es wird einfach ganz, ganz speziell heute. Lasst euch drauf ein, lehnt euch einfach zurück und hört diesem wunderbaren Menschen, diesem tollen Künstler einfach nur zu. Wir müssen ihn nur noch herzaubern. Kann sein, wo er jetzt gerade, wir wissen nicht, wo er gerade ist, irgendwo in der Welt. Budapest oder Gutenbergplatz halt. Wir haben im Prinzip nur mal hier was vorbereitet für ihn, weil wir wussten, was er so braucht an Schreibmaschinen. Und wir probieren es mal, ob wir ihn herkriegen. Also wir müssen uns anstrengen, weil es kann sein, er ist weit weg. Aber wir kriegen ihn her. Lasst euch verzaubern von Maurice Muell. 3, 2, 1 4, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 4, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 5, 4, 1 Das war's. 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 Heute. Das war's. 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 Tag ist. Das war's. 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 Yeah. 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 Das war's. 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 Ja. Das war's. 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 Also, Das war's. Das war's. Das war's. grandios. Das war's. Das war's. Anja. Das war's.